hallo ihr lieben ich habe auf instagram was gefunden und das möchte ich heute unbedingt mit euch nachbasteln weil ich finde es ist total praktisch wenn man einen adventskalender macht zum beispiel oder wenn man ein geldgeschenk verschenken will oder irgendwas anderes eine geburtstagskarte firmung was auch immer dazu braucht ihr ein a4 papier und am besten macht ihr euch auf der hälfte eine markierung ich habe jetzt kraftpapier benutzt und dann klappt ja hier die die ecken runter dann klappt er diese seite hier rüber und wundert euch nicht das geht natürlich nicht ganz dann dreht ihr das ganze um und dann habt ihr hier einen umschlag wo ihr euer adventsgeschenk oder euren geld umschlag her geld oder eine großkarte reinsteckt dann wird es hier einfach noch mal umgeklappt und das hier ist dann der verschluss also ihr verschließt diesen umschlag einfach so also euer umschlag ist so zu und ich finde es sieht richtig schick aus hier könnt ihr jetzt zum beispiel auch unsere tolle neue sternstanze nehmen und hier das hier verschließen wenn ihr euer ding drin habt also hier einfach was auch immer rein als beispiel dann könnt ihr es hier verschließen und hier dann einfach was drauf kleben nochmal als verschluss und dann könnt ihr das nämlich nur hier unten rum festkleben einfach in den unteren sacken und dann hält euch das nämlich auch so gut fest und ihr braucht nicht ganz zu kleben sondern durch das stecken das ist ja richtig toll zugeschlossen und dann habt ihr hier nämlich den umschlag den fertigen ich finde es so hübsch und ist ganz schnell passiert und diese umschläge da könnt ihr dann wirklich 24 blätter nehmen 24 sachen hier rein tun und könnt dann ein Adventskalender mit lauter Gutschein machen und ich zeige euch jetzt noch einen anderen Tipp und zwar messen wir uns das jetzt einfach aus das wäre jetzt zum beispiel 13,5 x 9 cm wäre jetzt eine gute größe für diesen Gutschein den wir hier rein tun das tue ich jetzt mal zuschneiden mit dem Papierschneider 9 cm x 13,5 cm und wenn wir nämlich jetzt diesen umschlag mal nochmal machen also ich nehme mir wieder ein A4 Papier dann natürlich wieder diese Methode ich markiere mir die Hälfte klappt das hier runter klappt das hier runter klappt das auf der anderen Seite runter und wenn das mal nicht so hundertprozentig passt macht das überhaupt nichts aus denn dann kommt die Seite wieder nach drüben so dann drehen wir das ganze ja um jetzt können wir nämlich unseren Gutschein nehmen als Hilfe und können jetzt so den Umschlag so hoch klappen dass wir sehen dass unsere Karte gut reinpasst wenn ich die nämlich jetzt raus nehme dann ist es ja klar dass die hier super toll reinpasst so und dann kann ich das wie gehabt einfach wieder hier runter stecken und hier reinstecken und wenn ihr nämlich wirklich jetzt Adventskalender macht wäre es nochmal richtig hübsch wenn ihr hierzu nämlich Banderole macht und um diese Banderole könnt ihr dann euren Stern machen also auf die Banderole dann einen Stern machen mit euren Zahlen und eine Banderole machen ist ja wirklich so einfach ich nehme mir da jetzt nochmal ein weißes Papier und meinen Papierschneider dann schneide ich eine Banderole mit drei Zentimeter breit zu einfach einen Papierstreifen vielleicht habt ihr ja auch irgendwie in eurer Restekiste lauter Papierstreifen und dann nehme ich einfach den Streifen und lege ihn hier drum ich klappe das jetzt hier so um dann klappe ich die andere Seite auch um und dann nehme ich mir eine Schere und schneide die Banderole hier einfach ab dann was ich immer gerne mache bei Banderolen wenn ich sie klebe nehme ich mir so ein Stück Papier und lege das drunter dann kann man nämlich hier schön kleben ohne dass man sein Gebasteltes kaputt macht hier kommt Klebstoff drauf da klebe ich zu und jetzt macht ihr einfach auf die Banderole diesen Stern könnt ihr natürlich auch golden nehmen oder vielleicht auch Kraftfarben, Kraftpapier, wie auch immer das kann man glaube ich schon ach, das kann man auch lassen dann könnt ihr hier schöne Zahl draufmalen draufstanzen, draufstempeln was auch immer und so könnt ihr dann für euren Adventskalender lauter kleine Gutscheine basteln und wenn ihr nämlich dann mal nicht so sauber gefaltet habt so wie ich dann schiebt ihr das einfach hier rüber dann sieht man das nämlich nicht und dann kommt hier die Zahl drauf und so könnt ihr jemand ganz leicht und einfach einen Adventskalender basteln indem ihr wirklich nur so Kraftpapier nehmt und die gibt es ja wirklich in so einem Umschlag äh in so einem Block ganz einfach und habt hier eine tolle Methode einen kleinen Adventskalender zu basteln so das war mal wieder ein ganz schnelles Video von mir ich hoffe dass es euch gefallen hat wenn ja dann lasst mir doch bitte den Daumen hoch da und ähm besucht mich bald wieder denn ich habe mir ganz fest vorgenommen jetzt wieder regelmäßig für euch zu basteln und vor allem ich bin ja so jemand wo bei mir muss es immer ganz schnell gehen zurzeit habe ich nämlich wenig Zeit zum basteln weil ich so viele andere Sachen ähm hier mache zum Beispiel war ich jetzt bis jetzt im Garten und habe gearbeitet und eigentlich müsste ich auch noch eine neue Tour mir überlegen und müsste auch noch ein paar neue Touren ähm mehr machen also ich habe wirklich viele achso ich schwätze von meinen Touren ich habe natürlich auch Galgenwald Escape hier bei mir in Ellwang könnt ihr Escape Touren machen durch den Wald oder durch die Stadt oder ihr macht Escape Spiele in einer Wirtschaft das geht auch dass er euch meine Escape Kiste Dachbodenfund ausleiht oder ihr bucht ein Escape Spiel in einer Wirtschaft mit mir wo ich als Moderatorin dabei bin das geht alles über meine Internetseite www.galgenwaldescape und ich würde mich natürlich riesig freuen wenn ich mal jemand von euch treffen würde bei mir hier im Galgenwald und wenn er mich von der Stempelstelle her kennt oder auch gern bastelt dann sagt mir das doch bei der Ausgabe von Natur wenn er auch meine Bastelvideos kennt ich würde mich riesig freuen so dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und macht was draus Tschüss eure Brigitte pick comment 和